Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy Standalone Und in der letzten Folge wohnen wir ja mächtig unter Beschuss gestellt Und natürlich auch noch die gleichen wieder am Start Optimus und Terror Snoopy Und du hast gerade Let's Play Daisy Standalone Let's Stay Let's Play Daisy Standalone Ja egal, ich bin voll aufgeregt Ich auch Ja und ey, er sagt mit Terror Snoopy, ich sag jo und Optimus sagt auch jo So Optimus, lass uns mal zu den Hangars gehen, du gehst rechts und guckst rum und ich geh links Wollt ich was für meine Hand halten? Ja ja, will ich Ich greife zu gesehen, okay? Einfach nur rumgucken und nicht direkt rumgehen Ich seh ja nichts Ja dann geh Risiko ein, ich weiß es nicht Ich bin dafür, dass der Erste, der stirbt, ob die Maus ist Ich hab's hier noch eh nichts, also eh das ist egal, ob ich sterbe oder nicht Ich bin eh mitblos Okay, da ist keiner, also ich hab mal kennengesehen Nichts Bewegung des Schwarzes Dann gehen wir zum nächsten Hangar vor Okay Kann ich sehen, sie dich auf der Piste? Kann auch sein, weil sie keine Muni mehr hatten und dann Das kann sein Kalte Füße bekommen haben So, ich bin links am zweiten Hangar Ich bin neben dir Keine Hande, ich geh in den Hangar rein Ja, da war noch gar keiner Ich bin im Hangar drin Da liegt was, glaub ich Nee, noch nicht, war noch ein Riss Komm, da oben steht einer Oben in dem Antennengebäude, ist da einer drin? Guck mal Warte, warte, ich guck Oh, mit diesem Glas, Antennbeule Einfach hin, scheiß drauf Ich glaub gerade hin, ja, ich glaub da Nee, das ist nur die Dekoration davon Tisch und so Studel Ja, kein Kopf, auf jeden Fall Ich muss echt sagen, die letzte Folge war echt die spannendste Folge, die ich bis jetzt gespielt hab, Daisy Das Herzklopfen, ey Du bist das der Fall Ja, da liegen gleich zwei Tote, die ich von der Runde getroffen hab, ey Ja, da würde sich jeder wohl freuen Oh, die Trinbeutung, Alter, ich dachte, wir sind ein Spieler, ey Ja, ich hab hier zwar Ich bin im ganz hinteren Gebäude, der Zellengebäude jetzt Ich geh jetzt rein Geh vorsichtig vor, wer weiß Vielleicht campen die auch jetzt da drin Nope, keiner da Also unten auf jeden Fall Das Tengengebäude ist auch Klee Tschsch, ich war da ganz kurz Kommst du bitte, bitte bei mir rein? Ich bin unten im ersten Stockwerk Hier geht's die Treppe hoch, aber ich will nicht alleine gehen Weil du zuvor gehst, weil du hast bessere sich wie ich Hab'n Zombie-Geräusch gehört Hört ich, komm rein, hier ist keiner Nur oben sind vielleicht welche Hab' ich nicht gecleaned Geh mit, gezongene Waffe Ne, clean Ja, clean Ja, clean Ja, clean Ne, clean Ich saß nur irgendwo anders Ja Ok Werden sieht, ich Aber hier ist Munition verbraucht Guck mal, wie viel 40 Schuss Geh weg Lass mich mal was mitnehmen Ich kann Muni reinpacken Ja, sag, Alter Warte, ich kann Muni in die Magazin packen War richtig viel, ey Kannst du den Gang mal decken kurz? Die ist aber drinnen, in dem Backpack ist aber drinnen Die waren auf jeden Fall hier Ja, waren die auch Wir haben hier auch gehört, das war jetzt keine Einbildung So wie es vielleicht manchmal ver... Hä? Hast du grad nachgeladen? Ich hab mein Magazin voll gemacht Okay Echneros Movement of the Red Darn Military Barret name Wat? So, ich lad jetzt auch nochmal nach Achso, ne schwarze... ne schwarze Mütze hab ich aufgenommen Einfach noch Der Hauptnach... nimm mal die grüne Mütze hier Dann bist du auch der beste grüne Mensch Ja, ich behalte... den Helm Okay Die umliegt noch eine Firefighter-Axe Falls du noch gerne hast Ich hab einer Aber worin gehen wir jetzt? Die sind jetzt weg Ah, wahrscheinlich gerage-critet Ja, sollen wir mal probieren in Richtung... Ja, ich will erstmal gucken jetzt... wir machen jetzt erstmal alles clean, komm Jetzt gucken wir mal, ob die wirklich hier werden Die waren auf jeden Fall hier, aber... ob sie desconnected sind Keinen Bock mehr warten Ich schätze mal, die hat keine Muni mehr, ey Also guck mal bitte ins Haus nochmal, ich will dir was geben Was willst du mir eben geben? Der hat noch ein Besuch Was? Okay, ich glaub ich hab die Verbindung verloren Jo Jo, ich hab die Verbindung verloren Schicki Ah, jetzt hab ich wieder Verbindung Ich hab die Verbindung verloren, ich bin rausgeflogen Alter, ich hab grad jemand was essen hören, hast du gerade was gegessen? Nee, ich bin rausgeflogen Alter Wo? Ich hab nachgeladen Weil ich neu gespawnt wurde, ne? Ich bin in dem Gezellengebäude wieder drin, komm rein Jo Hast du noch ne Magnum? Ja Äh Ich hab noch ne Mobi und Muni für dich, komm her, komm her Wo bist du? Ich schmeiß dir alles an, hier, hier vorne Ich schmeiß hin, ja Hinter dir Ich weiß Ich hab mich hingelegt Ähm, dann lege ich ihm noch ein Magazin für die Die, den ganzen Hast du ne FNX für mich, ne Prestin? Ja, ich hab ne FNX Ah, gib mal bitte Du musst jetzt spawnen jetzt gleich Ich bin immer Guck immer, ob deiner ist, ne? Alter, warte, dann lad ich mal eben nach Komplett, komplett Pristine, äh, M4A1 war Alles pristine, alle Aufsätze, alles Ja, ich nicht Magazin, die, äh, selber die Waffe, alle aufs Hast du's hingelegt? Ja Ich bin gleich dran Okay Ich dick den gern, ey, ich fühle mich sicher hier Brauchst du essen oder trinken? Essen Könnt' ich gebrochen Ich leg dir hier was hin Brauchst du trinken? Äh, ne, hab ich selber Hab noch eine Pipsi, ähm, und zwei Wasserflaschen Wolle Ich ess jetzt, ne, ich setz mich hier hin Juh Der Vorfeld hat Moni gefunden Der Vorfeld hat Moni gefunden Doch, die eine Waffe, die leer war, die ist leer voll geworden Einfach Eisgehalt An dir fände ich spawnen nicht Oh, da war's in einer Aktion jetzt, ey Hast du die nicht noch irgendwie drin bei dir? FNX Ich guck noch mal Wieder isst, ey Guck dir, äh, essen jetzt an, ey Ja, meiner kann doch nicht aufstehen während ich esse Ich spawned, ihr werdet nicht spawnen gleich wieder, alter Uuuhh Oh, alter, ne, ey Müsste hingelegt sein Guck mal, ob's oben gespawnt ist Das auch manchmal Alter Alter, jetzt auf einmal stirbt der nicht mehr Komm, ich deck die Treffe Äh, den Eingang Nope Ist nicht hier gespawnt So, um er zieht Bagi Zombies Wiemann hingelegt Wiemann hingelegt Ein gelben Koffer hast du hingelegt Mit dem gelben Koffer Mit dem gelben Koffer Guck noch mal, ob sie die eventar sind Hab ich nicht Mit dem gelben Koffer vielleicht noch Ne, gelben Koffer hab ich auch hingelegt, der ist auch weg So, ich hab noch einer, aber der ist meiner So So Ja, ich werde sterben Tod 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 Ey, hast du noch was zu essen, was ich aufwachen kann? Ich hab noch einen Rosenöffner Ja, da muss ich gucken Ne Da hast du selber einen Rosenöffner Alter, ich hab so viele Magazine für die scheiß M4 nähst du nicht, Alter Sie fragen, was wir jetzt machen Ja, ich warte ganz kurz Ich hab ein Magazin Ein Sechziger Magazin im Militar Ein Sechziger Magazin ausgerüstet Jetzt warte ich jetzt nochmal meine Box auf Ein Sechziger Magazin in der Box Und zwei Vierziger Magazin in der Box Haben wir, ne? Willst du noch ein Vierziger Magazin haben? Komm her Ja, leg da hin Hab ich hingelegt Der muss gleich spawnen Ich will ihm die Tür zu machen Erst spawnen gleich Damit es so aussieht, als ist hier keiner Dann rennen die rein Und dann killen wir so einfach Auch wenn's gespawnt ist Weg ist es, da ist es, weg ist es, da ist es Nö, das ist auch nicht spawnen Nö, dann rass dich aus, wenn's sich schlusser Nö, 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 nö Klar, mach E-Mail schon Ja, um es ist auch nicht Lull 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 Lass es weg Nee, sie sind nicht so gut Hast du noch ne, äh, ne Mosin vielleicht? Was ist das für die Mosin vielleicht? Nee Was ist das für die Mosin vielleicht? Schuss für die Mosin? Schuss für die Mosin? Ja Hab ich Gib mal Ja, ich glaub das spawnen jetzt nicht Okay, lass dich mal Okay Bei mir spawnen ja irgendwie immer direkt alles, außer jetzt einmal der Ah, es spawnen, nice So Komm, boll Warte Ich mach's ganz kurz hier, dann Cut, bis gleich So So Hab's Danke Weil ich irgendwo mal ne Mosin krieg Ich bräuchte mal, äh, äh, geschafft, nach nem Krankenhaus gehen Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung Ich würd mal an andern Server eingehen Ja, hey Ihr habt da ja so spannend Auf dem Server sind schon viele drauf Ja, ist doch das spannende Wir sind gut aus Du hast die Tür aufgemacht? Ja, Alter Hast du gerade abgeladen oder irgendwas umgemacht? Mit dein Ich hab grad was aufgesammelt Was hat denn dieses Bisch Okay Du willst ein krasser Stoff Ja, aber dich hier drauf Ich werd geduckt Ich seh, ich seh nicht, alter Was soll ich denn machen? Du bedeckst mir nur Rücken, hör also ich hab keine Waffe jetzt in der Hand Nicht rumrennen Nicht rumrennen Ich seh jetzt sauerlich aber auf und so zu gut Du sitzt jetzt einfach zu Geht's auf Nice Ich glaub, er treffelt auch einen, ne? Wieso lang rennen? Ja, die komm ich eh nicht beim Lauftreffen Äh, hab ich auch gedacht Als ich hör, das ist jetzt Treffen Als ich hör, das ist jetzt Treffen, alter Komm ich zickzack Ich bin zickzack gelaufen Und die haben mich getroffen Und das sogar dabei Vor allem, wir haben bei der Schießerei nicht immer einen Schuss verschwendet Also ich nicht Ich schon, ich hab drei Schuss verwandelt Ja, aber Ja, nur Warnschüsse, damit die nicht auf dich gelenkt sind, weißt du? Ich war ja umzingelt Einer war rechts und einer war links Vom Hangar Naja, und irgendwie sind die auf einmal weg gewesen Ends sind Einfach verschwunden Hau rein, was trinken, ey Weiß nicht, wo ich hinlaufe, ne? Also muss ich mir sagen, schon Ja, du laufst so richtig Ich weiß, wie willst du jetzt zum Brunnen? Äh, ja, wär mal ganz nötig Dann warte mal, komm mal zurück Komm mal zu mir Komm ich noch? Ja Gut Bis neben mir, glaub ich Wohin Rucksack Mit, äh Schwarz-Weiß noch Rucksack Oh, ich seh, ich seh schwarz-weiße Container Überall, bei Ist gleich links Hä? Hä? Was ist ein Zombie? Soll ich killen? Äh, ja Ich werd nur sterben davon Alter Warum? Warum nicht Axt? Ich hab keine Lust jetzt nach Risiko Mein Herz pumpt immer noch, ey Wo ist ein Christusdorf? Hier ist doch der Brunnen Bei dem Zombie Wo der Zombie war? Wo der Zombie war? Wo? Du läufst dran vorbei Hä? Ach, da bist du! Ach, da ist einer! Ach so! Ich seh nur so weißen Fleck, ey Ich seh mir gar nichts mehr, ey Ich selber bin nem grau, alter Oh, vielleicht werd ich ein bisschen geheilter durch durch trinken Wenn du viel trinkst und viel isst Wenn du über dieser Staffit-Renze bist Dann wirst du geheilt Ein bisschen Wenn man grad auf Staffit ist, wird man geheilt, oder? Na, wenn du drüber wüsst Na, wenn du drüber wüsst Er ist jetzt so lange, dass ich starbett bin Und ich nie wieder was essen Ich seh ihn auch immer genau so wie gerade Einfach ne weißer Fleck von mir Ja, ich bin... Force-at-Feed Nicht Force-at-Feed, mach, ist er der mehr? Ich glaub weniger Oder? Force Force-at-Feed 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 Okay, okay, ne mach ich immer nicht Scheiß drauf Vielleicht wüfft der einfach auf den Boden, tritt da drauf Hehehe Nein Nein, der kippt das aus und danach leckt der das auf, meh Da liegt da noch so'n Hundescheißhaufen Warte, warte, warte Warte Ich... Mein Magen weh Da steh ich Hä? Ich kann nicht mehr laufen, lol Ist da irgendwo vor mir ein Zaun, lol Alter Ich sag mir nicht so, what the fuck, ist da ein Absturz oder so? I feel ready full, ja das ist schön Jetzt... Jetzt... Jetzt regeneriert dein Blut Du magischer Mensch Ich riech, komm Bäume Ja, da riech die Bäume erstmal Okay Jetzt kommt gleich das krasse Stoff Ah, ein Baum Ah, ich seh schon, ich seh schon ganz hinten in der Ferne so ne Straße Das war immer grau, das fass ich irgendwie nicht richtig den Terrain an Alles ist so'n bisschen grün-grau, jetzt ist hier so'n bisschen grau-grau Wo bist du eigentlich? Ich komme Und da ist ein Plakau Ich glaube mit gezogener Waffe, ey Musst du denn? Wo dahin kommt jetzt ganz kleiner schwarzer Punkt Boah, schnell weg Ganz kleiner, mini schwarzer Punkt Meister macht viel jetzt komplett nicht voll, das ist schön Jetzt regeneriert dein scheiß Blutohuhr Ich bin eine Frau, ne, das ist so zu beachten Obwohl ich Männergeräusche mache Hehehe Ach, die schöne Alfa, ne Hier ist ein Heser, hier ist ein Haus hier? Ne Das ist ein Haus Ich seh ein Fenster, das ist ein Haus Alter, wie ich den Zombie nicht getroffen hab Ja, wie ein Zombie? Scheiße, ja, fuck, wenn das was ist doch jetzt da weg Wo bist du? Wo bist du? Ich hab mich eben hier in den Zombie gekühlt Mit der Magnum, ich wollt' mal mit der Magnum schießen Okay, ins Risiko eingehen mich einfach mal mit Blut, äh, in die Kannst du mir einfach Blut indizieren, ich hab' mit Blutindizierungspack und so Ja, dann steht's aber vielleicht Warte mal, zwei Und Ne, doch nicht, ich hab' nur Blutback, mehr hab' ich nicht Was ruiniert ist Oh Gott, oh Gott Nimm das, nimm das, bitte benutze die Da ist aber kein Blut drin, Vogel Ja, nimm dir damit Blut ab Kann ich nicht, weil ich keine Spritze hab' ums abzunehmen Ich kann's, ich kann's irgendwie mal abnehmen, aber Ich kann's halt nicht, ähm Äh, mir, ich kann's halt nicht geben, weil ich keine Spritze dafür hab' Kann's nur nehmen Aha Was suchen wir in den Häusern? Ähm, du wolltest doch zum Kranken raus Ja Und da geh' ich jetzt hin Wenn ich, wenn wir wissen, wie er jetzt aussieht Anstatt einfach bei mir zu bleiben Nein, er geht immer rechts, links, guck' da noch Glaubst du, okay Entweder bin ich grad auf der Insel oder ich... Guck mal, ich bin schneller wie du, als wenn ich ganz... Obwohl ich ganz normal laufe Du sprintest voll Ne, ich sprinte noch nicht Meine Walk nur Jetzt sprinte ich erst wieder Guck mal, wie schnell ich bin Hier rechts ist jetzt das Krankenhaus Warum bin ich schneller wie du, Shiki? Wahrscheinlich, weil ich schwarz bin Ohoho, wie schnell ich bin Oh, da ist was Große Kaule Große Haus Ein Kronkenhus Äh, ist zu! Nice Oh, schade, kann man nicht mehr aufwachen Ey, ich komm mich nicht durch Ey! Und wer? Spiele Terrors Spiele Terrors Auf jeden Fall die Verbindung, okay Disconnected und connected er gleich wieder Ich mach unten alles clean, ne, du machst oben alles clean Hier ist ein Spieler, glaub' ich Ah, hier ist ein Zombie Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell weg Okay, da ist er weg Ooooooh OTS Hallo Hallo Da kann ich wieder Nice Wieder Will ich die Moseln haben? No Kannst du nehmen? Satz H Dann kannst du mir deine M4-Money geben, ne? Naja Und meine M4-Aufsetzung Ich kann ja meine M4-Aufsetzung Kannst du denn überhaupt? Ohm, ganz oben Ganz ganz oben, okay Darf ich eben erzählen, wie ich gerade So ich hier gerade eigentlich von neu anfangen muss? Mach doch Wo bist du denn? Wo ist die Moseln? Wir waren Sticchio und ich Und Opti- Äh, Prime Waren alle auseinander Prime sagte, wo er war Ich ging hin Äh, dort waren zwei Typen Die haben dann runter gezielt Ich hab die ganze Zeit geschrien Warte, lass da liegen noch Don't kill me Und Dann bin ich weggerannt Die sind mir hinterher gerannt Beide an Schusswaffen Und haben auf mich geballert Empfehle ich dir auch Und dann Nachdem die auf mich geballert hatten Bin ich immer noch weiter weggerannt Weil die nicht getroffen hatten Dann Hab ich einen Sniper-Schuss gehört War am bluten Ne Hm Auf einmal renne ich um die Ecke Drück Nur Maus war, weil ich Konischerweise noch Bandagen in der Hand hatte Krag mich auf, woher Da Oh, der hat ein anderes Scope Ich hatte keine Bandagen mehr im Inventar Und Hab einen in der Hand Aber dann Hab ich mich verbunden Und während ich mich verbunden hab Wohle ich dann abgeknallt Aha Und ich war Ich hatte eine Schottie Äh, Medi Äh, zwei Medi-Packs Deswegen waren die auch so gut equipt Als ihr da wart So zweit Deswegen haben die sich auch wahrscheinlich so schnell geheilt Weil ich zwei Medi-Packs da gelassen hatte für die Hä, wo bist du, Shiki? Vor der, vor deinem Krankenhaus So, hin Und So, und hatten die jeden dann Klapp gekriegt Verrenzino? Äh, pfff Ja, kommen wir Du musst den Weg bestimmen Ich weiß nicht, wo's hingehen Wir machen ja sowieso erstmal einen Folgen-Post-Cut Den anderen beiden lass ich mal das Schlusswort Ja, bei mir war Äh, ist die Folge kürzer, da ich nen Cut gemacht hab Aber nicht so schlimm Jo Und ich find's auch gut, dass ich jetzt in Mosin hab Weil ich mit Mosin bisher umgehen kann wie mit der M4 Und jo Und dann würde ich mal sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal Haut rein! Tschö!